Mietze, Mellikreich Hä? Ah, erzähl mir deine Schuhe Elegant! Elegant! Du bist dann auf Scheiss getraffet, Amalasochke Dopschuhe Amalasochke Dopschuhe Dopschuhe Amalasochke Neee! Elegant! Elegant! Ganz geil! Kriegt man diese Ferrari-Schuhe zum Kopf? Nee, sag mal jetzt! Uuuuut! Was kostet so ne Schuhe? Kann man noch kurze Socken so tragen? So machen, Alter! Im Sommer, Alter! Warum nicht? Echt jetzt? Nee, wie geht's denn? Du musst man graue Socken tragen? Du musst jetzt beschreiben so! Du musst man graue Socken tragen, so kurze Socken... Eigentlich... Ich weiß nicht, Alter! Schwarze Socken, schwarze Hose würde passen! Zeig mal nochmal! Die Fans wollen nochmal sehen so!